hi leute desano hier falls ihr euch wundert warum die server gerade down sind in division es gibt fixes zu den fixes die die vorherigen fixes fixen sollten was sie nicht getan haben weswegen wieder andere fixes an den start gekommen sind um diese zu fixen jetzt haben wir das problem dass die fixes das nicht gefixt haben was sie hätten fixen sollen deswegen bekommen wir jetzt fixes wir gucken mal so der talent der roll von unseren waffen der bei manchen passiert ist ich habe zum glück so gut wie keine beziehung aber auch nicht alle durchgeguckt ich hoffe dass ihr nicht so krass von betroffen seid und ich hoffe dass sie das hinbekommen dass das ganze wieder zurückgedreht wird aber das werden wir sehen ich bin auf euer feedback gespannt diesbezüglich und ja der ressourcen menü tab dass der verschwindet das wird auch gefixt und ganz wichtig stabilitäts verbesserung ich habe ja ich war immer der der in den letzten fünf jahren gesagt es gab immer so zwei fraktionen die eine hat voll viele delta fehler gehabt die andere hat einen im quartal gehabt ich gehörte zu denen der eine im quartal hatte und wenn ich schon viele habe jetzt dann will ich mir das gerne ausmalen hat die anderen für probleme hatten und ich habe von ein paar von euch echt ein paar kurios dinge gehört schlimm ist natürlich gerade wenn du wenn du dein daily kramer machen bist und am ende gerade bei der letzten mission beinahe lang oder was kriegst du dann delta fliegt raus muss alles noch mal machen das natürlich richtig bitter deswegen ich bin gespannt angesetzt wie gesagt sie müsste wenn das video schaut entweder schon vorbei sein und oder gleich starten drei stunden ist angesetzt und mal schauen ob es dabei bleibt und dann hoffen wir dass der kram gefixt wird so das war es heute ein kurzes video haut auf jeden fall mal in die kommentare was also ob sich was dann getan hat wie das bei euch aussieht nach dem update und wir sehen uns im nächsten video macht's gut danke bei